Howdy, heute präsentiere ich euch Astro Elite, zuerst, Mania, die Unrated Fassung, fand ich überraschenderweise sehr gut, Crawl Space, mit Klaus Gesinski, fand ich auch sehr gut, auch wenn es B-Movie ist, Der Quast, habe ich noch nicht geguckt, die letzte Rolle mit Joey Lewis übrigens, dann Birdseed, noch nicht geguckt, Trovatid, Treadpass, ein sehr schlechter Film, Harry Brown, der ist dann wiederum sehr cool, Stone, und der Samariter, Dann, paar Söldner Filme, Geheimkord, Weltgänsel, Kommando Leopard, Der Kommander, und im Wendetress des Söldners, Alles, alle Filme, sehr geil, Aufruf an alle Labels, bringt mehr Söldner Filme raus, also Waze, keine Ahnung, nicht den Fanzi, Big Game, war ganz gut, Der Blaue Max, noch nicht geguckt, Warpix, ein halbwegs guter Film mit Dolph Lundgren, und den lives, die Hooligan Filme, der sind mit Aliza Void, und der dritte Bit Scott, Ankins. Ich hoffe Eucher, die Labelvorstellung gefallen, bis dann. Dann...